Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute wieder mein Amateurfunk ist ein Kontaktsport-T-Shirt an und immer wenn ich das anhabe, dann wird es kontrovers. Heute sprechen wir über den DARC Mastodon-Server. Mastodon, was klingt wie ein Medikament für die Schweinezucht, ist in Wirklichkeit ein Mammut aus der Urzeit und dahinter verbirgt sich ein sogenannter Mikroblogging-Dienst. Kurz, der DARC hat sein eigenes Twitter aufgebaut. Wie, das ist jetzt an dir vorbeigegangen? Hast du bisher noch nicht so mitbekommen? Kein Problem, ich zeige dir den DARC Mastodon-Server. Aber werfen wir doch zunächst mal vielleicht einen Blick auf Mastodon selbst. Was ist das und welche Philosophie steckt dahinter? Los geht's! Für alle, die Mastodon nicht kennen, ganz kurz eine kleine Einführung. Mastodon ist ein Kurznachrichtendienst, auch Mikroblogging-Dienst genannt, im Stile von Twitter. Im Prinzip eine Twitter-Kopie, wenn man so möchte. Und hier seht ihr das mal einen Mastodon-Server, jetzt nicht der vom DARC. Da seht ihr, es gibt hier jede Menge Leute, die sich hier anmelden und dann ihren Senf quasi in die Welt hinaus blasen zu allen möglichen Themen. Ja, die Philosophie hinter Mastodon, die findet man hier auf der Hauptseite. Es soll ein soziales Netz sein, das nicht zum Verkauf da ist. Das heißt, hier keine Kommerzialisierung, kein Verkauf von Beiträgen an Unternehmen zum Beispiel und auch andere Punkte wie zum Beispiel ein dezentrales System oder ein besserer Datenschutz, die stehen hier im Vorlauf. Das ist ein Open-Source-Projekt, wie viele andere auch, eben mit der Prämisse, eine Alternative zu bieten, die eben mehr Kontrolle bietet, mehr Sicherheit bietet, eine bessere Moderation. All das hat man schon auch von anderen Projekten immer mal wieder gehört. Und hier seht ihr das Ganze auch nochmal zusammengefasst, warum Mastodon dezentralisiert. Eben jeder hat seinen eigenen Server, quelloffen für Programmierer spannend, für andere eher nichts zum Verkauf, keine Werbung etc. Das ist das, was hier die Philosophie hinter dem Netzwerk ist. Das Ganze ist aber, wie oft bei solchen Projekten, immer mit so einer Doppelmoral auch versehen. Das sieht man hier dann auch. Man merkt halt irgendwann, ohne Kohle geht es halt doch nicht. Ja, also muss man hier zu Spenden aufrufen oder einen Merchandise-Shop wie hier aufbauen, wo man dann Produkte kaufen kann, mit Mastodon-Logo zum Beispiel drauf. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die das Ganze unterstützen. Hier seht ihr die natürlich aufgelistet. Und die spenden dann eben größere Geldsummen und finanzieren das Ganze. Aber bitteschön, Sponsoring ist nicht mit Einflussnahme gleichzusetzen. Mastodon ist völlig unabhängig. Das macht man sich zumindest vor. Ja, wenn wir mal auf die offizielle Wikipedia-Seite von Mastodon schauen, sieht man auch hier noch so ein bisschen an Informationen. 2016 wurde das Ganze gegründet. Es blieb unter dem Radar bis 2022 im Wesentlichen. Dann gingen die Zahlen durch die Decke. Hier seht ihr das auch nochmal. Das sind die Nutzerzahlen, also die Leute, die sich angemeldet haben. Und das seht ihr, ja, hier Ende 2022, da schießen die nach oben von 5 Millionen auf plötzlich 6, 8, 9, 10 Millionen vor knapp einem Jahr. Und mittlerweile fast 15 Millionen Nutzer hier angemeldet. Aber Vorsicht, das sind halt nur angemeldete Nutzer. Wenn wir auf die aktiven Nutzer schauen, dann sieht man, das sind halt doch die wenigsten im Moment probierendes oder immer mal wieder, muss man sagen. Man sieht, hat man hier so Peaks, so Spitzen da, da, wo halt eben Leute draufgehen und das mal ausprobieren. Aber dann sinken hier die Zahlen ganz schnell wieder. Und von den 15 Millionen Nutzern ist nur eine Million wirklich aktiv. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass Mastodon extrem abhängig ist von Twitter. Immer wenn Twitter irgendeinen Furz lässt, beziehungsweise in Persona Elon Musk, der ja 2022 hier Twitter übernommen hat, dann gehen die Zahlen nach oben und dann sinken sie aber auch ganz schnell wieder bis hier wieder irgendwas auf Twitter passiert. Dann geht es wieder nach oben. Und das ist so ein bisschen das Problem. Man hat sich nie davon lösen können seitens Mastodon. Hier auch nochmal ein Wired-Artikel zu dem Thema, wo man einfach sieht, die Anzahl der aktiven Nutzer, die explodierte nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Und viele sind draufgegangen, haben es mal ausprobiert. Aber es geht eben hier seitdem eigentlich nie so wirklich. Kommt man da auf Schlagzahl und auch andere Sachen sind da ja mittlerweile nicht so wirklich toll. Es gab zum Beispiel 2019, wechselte hier so ein rechtsradikales Netzwerk, Gap, auf Mastodon. Und da war das dann plötzlich nicht mehr so schön, dass das alles offen war. Und da hat man das dann eben zugemacht und sich abgeschottet gegen dieses rechtsradikale Netzwerk. Ich kann es verstehen, aber auch hier erkennt man natürlich so ein bisschen die Doppelmoral, die man oft bei solchen Open-Source-Projekten dann hat. Damit kommen wir dann zur Mastodon-Seite des DARC, die auf einem eigenen Server sich befindet. Das muss man nicht machen. Man kann auch Mastodon natürlich so nutzen. Aber der DARC hat sich entschieden, einen eigenen Mastodon-Server aufzusetzen, der unter social.darc.de zu erreichen ist. Und wenn man das macht, dann hat man eben dann auch die Kontrolle über die Anmeldung. Apropos Anmeldung, wenn man sich hier anmelden möchte, einmal hier draufklicken und dann kann man hier auf DARC-Anmeldung klicken. Und dann kommt man hier zu dieser Plattform, die auch bei anderen Diensten des DARC genutzt wird. Da muss man sich dann mit Mitgliedsnummer und Rufzeichen anmelden und mit Passwort, sodass im Prinzip hier eine Anmeldung auf diesem System eigentlich nur DARC-Mitgliedern möglich ist, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber es gibt, das muss man fairerweise sagen, auch den Umweg, dass man sich bei einem anderen Mastodon-Server anmeldet und dann hier drauf zugreift auf die Inhalte, sodass man das auch dann nutzen kann. Ist dann allerdings ein bisschen umständlicher, weil man eben immer den Umweg gehen muss über einen anderen Server, wenn man kein DARC-Mitglied ist. Aber keine Sorge, man kann die Inhalte natürlich auch so sich anschauen. Ja, ganz kurz noch hier vielleicht ein Hinweis darauf. Hier gibt es eine Server-Statistik zu sehen. Es gibt aktuell 103 aktive Profile, also 103 Leute, die Inhalte schreiben auf diesem Mastodon-Server. Und wie sehen diese Inhalte aus? Schauen wir uns einmal an, wenn wir hier auf Live-Feeds klicken, dann sehen wir, was wurde denn hier schon heute getweetet. Ach nee, man sagt nicht tweetet, man sagt tröten, glaube ich. Also was wurde heute hier schon getrötet, in Anlehnung an den Elefant natürlich. Da sieht man das dann hier zum Beispiel, das AJW-Referat hat was geschrieben oder Fabian Kurz hat was geschrieben. Carsten hat geschrieben, guten Morgen, irgendwie so ruhig hier. Das fasst, glaube ich, den Server ganz gut schon zusammen. Ja, wie geht es weiter? Unterdistrikt Oberbayern vor 15 Stunden. Hier nochmal, guten Morgen, der stellvertretende Distriktvorsitzende H. Ja, dann hier AJW nochmal, nochmal Distrikt Oberbayern. Hier haben wir DL7TNY, das müsste der Oliver sein, der Notfunkreferent. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Hier kann man sich dann durchlesen. Ja, hier sind wir schon zwei Tage in der Zeit zurück. Also, so grob kann man sagen, vielleicht 5 bis 10 Nachrichten pro Tag werden hier auf dem System dann geschrieben zu allen möglichen Themen. Ja, und man kann natürlich jetzt hier auch sich die einzelnen Leute genauer anschauen. Das heißt, wir können hier einfach mal auf Karl-Heinz zum Beispiel klicken. Dann sehen wir, Karl-Heinz hat 25 Beiträge verfasst, folgt neun anderen und hat selber sechs Follower. Das hier sind seine Themen. Oder wir schauen mal hier zum Beispiel bei Fabian. Der hat ein bisschen mehr, 65 Follower und folgt 84 Leuten, 65 Beiträge schon geschrieben. Oder gucken wir auch hier mal zum Beispiel beim Oliver rein. Und da sehen wir 126 Follower immerhin. Ja, und so sieht das Ganze hier aus. Wir gehen mal ins AJW-Referat rein. Das war so das, was ich gefunden habe, was die meisten Follower hatte. Nämlich knapp 300 Leute, die also dem hier folgen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass nicht alle angemeldeten Leute dem Referat folgen, sondern vielleicht nur die Hälfte, dann kann man also grob davon ausgehen, dass vielleicht so 500, 600 Leute hier auf diesem Server sind. Davon sind 103 wie gesagt aktiv, die meisten inaktiv und folgen einfach nur und lesen sich dann eben entsprechend hier die Meldungen durch. Ja, auch hier kann man mal auf das Hauptkonto gehen. Das Team Mastodon Konto, 271 Follower, 16 Beiträge. Das ist das, was wir hier dann so sehen. Ja, natürlich kann man diese ganzen Beiträge, wenn wir hier auch schon mal einmal sind, kommentieren, weiter teilen, favorisieren, sich bookmarken, also speichern. Ja, aber ihr seht auch hier, viel passiert da nicht. Oh, hier haben wir auch den Matthias zum Beispiel. Gucken wir da mal drauf. 244 Follower, der ja aktiv verantwortlich war, jetzt auch für den neuen Fragenkatalog. Matthias Jung. Ja, das ist das, was wir hier so haben. Ja, aber wir sehen auch hier natürlich bei den Beiträgen die Anzahl der Kommentare und Tweets, die hält sich hier oder trotz, die hält sich dann doch in Grenzen. Und das ist er, ja, der DARC Mastodon Server. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie sieht Mastodon aus, was ist so der Antrieb der Leute dahinter und wie sieht der DARC Mastodon Server im Speziellen aus, das Twitter des DARC. Kommen wir zum Abschluss noch zu einem Fazit. Ja, und das fällt diesmal nicht ganz so kritisch aus wie sonst, wie bei meinem Video zum Beispiel zum Matrix-Chat oder zum Videoserver des Notfunkreferates. Denn im Gegensatz zu diesen beiden Sachen, wo man ja ein eigenes WhatsApp aufgebaut hat, eigenes Telegram aufgebaut hat, anstatt das Original zu nutzen oder wo man den Notfunkkanal auf YouTube hat vergammeln lassen für eben einen eigenen Videoserver, ist der DARC tatsächlich noch auf Twitter aktiv. Und dort hat er zum Beispiel roundabout 3.500 Follower, sprich ungefähr siebenmal so viel wie auf seinem eigenen Twitter. Auch andere sind dort aktiv, wie zum Beispiel das IOTW-Referat oder das Notfunkreferat. Und auch viele der Nutzer, die ihr gerade gesehen habt, sind auf Twitter nach wie vor aktiv. Das ist ja das, was ich auch eingangs schon so ein bisschen sagte. Viele probieren Mastodon mal aus, stellen dann aber fest, nee, erstens habe ich dort nicht die Reichweite, meine Buddies sind nicht da und drittens ist es auch ein bisschen komplizierter, dass auch das, was Studien ergeben haben, Mastodon ist spürbar komplizierter in der Anwendung, in der Handhabung als Twitter, das relativ einfach gehalten ist, was viele dann irgendwann wieder abschreckt. Ja, dort ist man auf jeden Fall noch aktiv bei Twitter und das ist auch gut so. Denn das ist ja das, was ich auch schon bei meinem Video gesagt habe zum Videoserver des Notfunkreferates. Es spricht nichts dagegen, dass man eigene Angebote aufbaut, fernab des Mainstream, solange man den Mainstream denn auch bespielt. Ja, denn der DRC ist ja ein Verein, der ja auch seine Gemeinnützigkeit daraus ableitet, dass er eben zum Beispiel aktiv dafür sorgt, dass es Nachwuchs gibt im Amateurfunk. Und das kann man eben nur, wenn man auf den großen Plattformen ist. Man kann sich da was vormachen, dass dort der Datenschutz nicht so gut ist oder dass dort viel Werbung ist und das als Anlass nehmen. Aber eben man darf sich davon nicht fehlleiten lassen. Die Masse der Leute ist eben auf diesen großen Diensten nach wie vor. Ja, Twitter hat Nutzer verloren, etwa 35 Millionen Nutzer seit der Übernahme von Elon Musk. Aber Twitter hatte vorher 370 Millionen Nutzer und hat jetzt immer noch 335 Millionen Nutzer. Sprich, das sind mal eben so roundabout 20 mal so viele wie Mastodon hat insgesamt. Auch die Anzahl der aktiven Nutzer, die bei Mastodon ja nur eine Million ist, ist bei Twitter rund 200 bis 250 Millionen jeden Tag. Das heißt, dort spielt die Musik und dort muss man sein und dort ist der DIC auch. Ob man trotzdem ein solches alternatives Angebot aufbauen muss, sei mal dahingestellt. Klar, ich verstehe, dass es da gewisse Sachen gibt, wie zum Beispiel die fehlende Werbung oder eben den besseren Datenschutz, die Dezentralisierung. Aber ja, man sieht ja, nach knapp neun Monaten Mastodon-Server so richtig eingeschlagen wie eine Bombe ist das Ding nicht. Und auf Twitter erreicht man nach wie vor wesentlich mehr Leute. Ob man daher Zeit und auch Geld weiterhin in dieses Projekt investieren sollte, halte ich zumindest für fraglich. Ich weiß nicht, wie viel Geld und wie viel zeitlicher Aufwand dahinter steht. Aber meiner Meinung nach wäre es besser, mal endlich eine gute Digitalstrategie zu entwickeln, seitens des DIC und sich zu konzentrieren auf die wirklich wichtigen Plattformen und die massiv zu bespielen, damit man eben Nachwuchs gewinnt, damit man auch Leute breit ansprechen kann und nicht sich immer wieder zu verhaspeln in irgendwelchen eigenen Projekten. Man muss dann auch leider einfach manchen Menschen mal sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Und auch wenn die dann ein bisschen beleidigt sind und vielleicht ihr Engagement verlieren, macht es halt einfach wenig Sinn, wenn man klein, klein die ganze Zeit macht und das breit gestreut, sondern man sollte lieber groß machen, große Sachen machen, um eben viele Leute anzusprechen. Insofern, ja, ob man das jetzt weiter wirklich betreiben soll, ob das wirklich sinnvoll ist, schaut es euch an, geht mal drauf, meldet euch vielleicht auch an und schreibt mir gerne nach drei, vier Monaten mal euer Fazit hier unten in die Kommentare rein. Ihr könnt aber natürlich auch eure Meinung dazu gerne jetzt schon hier unten in die Kommentare reinballern. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, empfehlt das Video gerne auch in der Community weiter und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du eben weitere spannende Videos von mir nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.